Hey Leute, was geht? Wir sind hier heute mal in Jailbreak. Das ist, naja, nicht mein erstes Spiel gewesen, mit dem ich Roblox angefangen hab, aber war schon so mit, das erst auf jeden Fall. Aber das waren andere Zeiten, das war glaube ich vor 3-4 Jahren. Und ich hab mir gedacht, ich schau einfach mal in das Spielserein wieder und schau mir mal so an, wie sich das entwickelt hat. Und ich glaube, wir fangen einfach direkt mal als, weiß nicht, als Heftling oder was? Ich glaub schon, als Heftling einfach mal. Und wir müssen erstmal ausbrechen. Ich hab das schon noch ein bisschen gespielt vorhin, damit ich hier nicht pull open. So, aha. Okay, das wusste ich tatsächlich selber noch gar nicht, dass das geht, sowas hier. Naja, zumindest wollte ich gerade sagen, ich hab das vorhin noch ein bisschen gespielt schon, damit ich nicht wie ein kompletter Loser hier dastehe. Also ich weiß zumindest, wie man hier aus dem Gefängnis kommt. Aber mehr weiß ich tatsächlich auch nicht. Ich hab keine Ahnung mehr. Und ich weiß nicht mal, wo ich hier bin. Also ich kenn das selbst gar nicht. Was ist das denn da? Ach, einfach Schildkröten und irgendwie was zu essen. Ach, Teenage Mutant Ninja Turtles. Achso, jetzt verstehe ich das auch. Okay, wir sind irgendwo in der Kanalisation. Wir lassen uns einfach mal hier treiben. Keine Ahnung, wo wir hin müssen oder wohin. Drop ahead. Tod wie tot. Scheiße. Ah, wir müssen hier, glaub ich, den Fußspuren hinterher rennen oder wie auch immer. Ziemlich laut, muss ich sagen hier. Kann ich hier raus? Hallo? Komme ich hier raus? Bin ich jetzt draußen oder noch im Gefängnis? Ich bin draußen. Hier ist ein verrechten Fahrzeug. Wir machen mal so die Sirene an, als würden wir einfach so polizist bleiben. Du bist geflohen. Juhu. Ich bin also jetzt aus dem Gefängnis raus. Aber, also ich muss irgendwie jetzt, glaub ich, ähm, Dings. Dingsbums, hast du nicht gesehen. Ich muss irgendwie jetzt die Basis finden von uns, damit ich mich ausrüsten kann. Ist das da oder sowas? Weil damals war da auch so, da war irgendwie eine Pistole damals drin. Wo man sich was holen konnte zumindest. Ich meine, die haben wahrscheinlich eh alle bessere Knarren und sowas als ich hier, aber hier, ne? Ja, hier war das ja. Also hier rein. Open the door, please. Ja, ich bin einer Kollege. So, und hier, upsala. Hier kann ich mich ausrüsten jetzt, ne? Pistole. Buy this item from the gun shop to use it. Okay. Eine Schrotflinde kann ich gar nicht. Wo ist denn der gun shop hier? Prison, Krater City, Trade Port, Volcano, Rising City, keine Ahnung. 150.000. Ja, klar. Mal eben kurz. 150.000. Hab er, äh, hab er schon genug Geld. So, was machen wir denn? Ich hab keine Ahnung, was kann man denn hier so als, ähm, ja, Krimineller, was, ja, Krimineller ist man hier. Was kann man denn so als Krimineller hier machen? Der ist böse, also, ja gut, der ist nicht böse, aber der ist für mich böse. Ich mach einfach mal die Sirene Undercover an, damit die denken einfach, dass ich, äh, auch ein Guter bin. Also auch einer von der Polizisten. Wo sind denn, also wahrscheinlich die Rotpunkte, das sind ja meine Kollegen hier, aber das hab ich mich schon gedacht. Wenn ich jetzt einfach hier hingehe, ne, jetzt lieber nicht hingehe. Was ist jetzt los? Äh, nein. Sie hat mich, hat sie mich getasert schon? Oder eher sie es? Ja, er hat mich getasert einfach, glaub ich, ne? Und dann, äh, in Handschellen. Nein, ich bin im Knast, Jungs. Oh, nee. Och, nee. Jungs und Mädels. Was ist das denn? Das war aber keine erfolgreiche Flucht, Leute. Jetzt bin ich ja schon wieder im Gefängnis. Ha, das ist ja blöd jetzt. Kann man at Waypoint? Ah, okay. Aha, okay. Also, ich hab jetzt einfach mal die Tankstelle. Das ist, glaub ich... Sala. Die Tankstelle markiert. Wie komm ich hier raus? Hallo? Da. Ich hab mal die Tankstelle markiert. Ich glaub, da kann ich hin. Da war ich nämlich auch schon mal. Hä? Achso. Aha. Ja, war ja klar. Aber was gibt's hier für Buttons überhaupt hier? Was ist das? Welcome to Cruise. Create a queue. Ne, hab ich keine. Ich bin alleine. Sad. Äh, 5000. Keine Ahnung, gewöhnlich. Fiasco. Ultra selten. Geld kaufen. Okay. Da kann ich Team switchen. Ja, können wir ja später vielleicht nochmal. Der ist Free. La Matador. Hab ich kein Geld für. Truck und sowas kann man sich kaufen. Okay, okay, okay. So, erst muss ich aber wieder raus hier. Normal eigentlich, kann ich euch ja mal zeigen, bin ich eigentlich immer durch diesen Stroopkasten entkommen. Genau, der haut da schon gegen. Und dann geht dieses Tor auf und dann war ich mal draußen eigentlich. So, jetzt kann ich ja auch schon ein bisschen raus einfach. Zack, 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 zack und zack. Dann nehmen wir uns einfach mal jetzt hier... Ne, wir können wir jetzt erstmal rausgehen, ne? Wir müssen jetzt mal rauskriechen hier. Boah, das ist dunkel hier. Macht mal Licht an, Leute. Ne, ansonsten ist das Gefängnis immer total beleuchtet. Aber hier ja nicht. So, hier kann ich jetzt glaube ich irgendwie mein Auto spawnen, ne? Escape to spawnen. Okay, ich muss erst abpauen. So, jetzt kann ich ein Auto spawnen, ne? Jawohl, Kowski. So, jetzt gehe ich einfach mal... Ah, die Tankstelle ist rot. Heißt das, ich kann da nicht mehr ausrauben. Dann fahre ich mal... Moment, dann fahre ich mal jetzt irgendwie nach oben. Da ist nämlich grün, glaube ich. Wahrscheinlich kann man rot nicht mehr ausrauben. Dann fahre ich mal zu dem anderen Punkt da hinten. Was ist das denn? Bin ich hier richtig? Ah, halbwegs. Äh... So, jetzt muss ich hier irgendwo geradeaus erstmal. Dann muss ich jetzt hier irgendwie links. So. Und jetzt einfach geradeaus, ne? Zu dieser Krone da. Da sind doch ganz viele Kollegen von mir. Da die ganzen roten Punkte. Da. Da muss ich zu denen hin. Da sind die guten, Leute. Da sind die guten. Da muss ich mich anschließen in der Gruppe irgendwie. So, hier links lang. So. Und da ist die Krone. Da muss ich hin auch. Da blinkt auch die Krone tatsächlich irgendwie. Die sind unten, okay. Und da kommt einer mit dem Helikopter. Okay, 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 okay. Ja, hier ist gut. Hier ist gut, glaube ich. Kann ich hier auch rein? Hallo? Ja, sieht gut aus. Was ist das denn hier? Oh ja, hier ist gute Musik hier drin. Ach, ne, Disco ist das hier. Diskothek. Äh, Open Keypad. Ach, scheiße. Search around the room. Ich muss irgendwas gucken. Was muss ich denn anschauen? Wo ist denn hier irgendwo? Wo ist denn hier irgendwo ein Code? Starlight Lounge? Hä? Keine Ahnung. Wo soll denn hier ein Code sein? Hier kann ja überall ein Code sein. Außer dann blinkt das hier überall. Das verwirrt mich. Einen Display hier irgendwie was? Ne. Ach, da. 9, 5, 4, 5. Okay. 9, 5, 4, 5. 9, 5, 4, 5. Hm. 9, 5, 4, 5. Enter. Juh. So, wo bin ich jetzt hier? Ach, die Scheiße. Lass mich raten. Ich darf nicht getroffen werden von den Lasern. Okay. Äh. Volt. Oh ja. Hi. Hä? Was macht Ender? Wie jetzt? Ich lau hier rein. Ich glaub hier drin ist das ganz gut. Ich kann einfach durchrennen hier. Zack, 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 zack. So. 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 Alter, was ist das denn hier? Hier musst du ja richtig aufpassen immer. So. Jetzt renne ich schnell durch. Hahaha. So. Alter, das wird ja immer schwerer hier. Alter Verwalter. Das ist ja richtig hier wie so ein Film drin. Wie so ein Actionfilm. Das gefällt mir richtig. Alter, das ist auch schnell der hier. Wopsala. So, nun. Da ist Geld. Hä? Was ist jetzt los? Hä? Habe ich jetzt irgendwie, habe ich irgendwas ausgeraubt oder sowas? Habe ich Geld bekommen? Habe ich es geschafft, Leute? War ich im Tresorraum? Ich glaube schon. Keine Ahnung. Äh, wir gehen jetzt da zu diesem Donutladen. Äh, remove waypoint aid, waypoint, dahin. So, wir gehen da jetzt zum Donutladen oder was auch immer sein soll und rauben den auch noch aus. Und dann sind wir bestimmt reich irgendwann hier. Was gibt es noch so hier eigentlich? Was ist das? Was ist L? Was ist Q? Ach, Nitro gibt es auch hier. Okay. Jawohl. Hier jetzt einmal. Wumms. Ja. Wuh. Alter. What the fuck? Alter, was? Teufel. Okay. Das war aber nicht so geplant. Alter, ich bin da total rüber geflogen über mein Ziel. Aber egal. Gut zu wissen. Wann gibt es hier? C, okay. Ego-Perspektive. Shift ist driften. Okay. Aber wir gehen jetzt erstmal zu unserem Donutladen. Hallo. Ich renne einfach mal der Person, der hat ja bestimmt Ahnung davon. Okay, kriechen und dann einfach hier einfach ausrauben. Das gefällt mir. Hier ist ein Helikopter. Aber das ist bestimmt ein guter Helikopter, oder? Stimmt. Habe ich jetzt ausgeraubt? Hä? Muss ich nochmal ausrauben, oder wie? Use your taser to bribe you after criminals. Ich sehe ich nicht. Donut, Schatz. 750. Ah, jetzt habe ich es, glaube ich, ne? Juhu. Was kriege ich? Null. Na super. Ich habe einen Donut auch noch hier. Kann ich ein Essen? Juhu. Ich habe einen Donut gegessen. So, was mache ich jetzt am besten? Da. Die gehen alle. Alle da sind die. Da gehe ich auch hin. Warte mal. Eight Waypoint. Da hin. Wir machen jetzt hier einmal. Bums. Ach, ich habe gar nichts mehr. Ach so. Das kostet Robux, oder was? Oder wie? Oder wo? Oder was? Keine Ahnung. Geht nix. Nix klappt. So, wir müssen jetzt hier hin. Und hier hin. Wo sind meine Kollegen? Da sind die, ne? Die sind schon weg, die Kollegen. Haben schon ausgeraubt alles hier, oder wie? Alter, was passiert hier gerade bei mir? Hä? Wieso bin ich denn aus meinem Auto ausgestiegen? Hä? Alter, was war das denn jetzt? Was ist das denn für ein übelster, kranker Polizist? Jetzt bin ich im Knast, ey. Oh Mann. Was ist das denn? Ich bin ja schon wieder im Knast, Leute. Ich glaube, krimineller sein ist nix für mich. Ja. Ach so. Ja, ich warte mal kurz. Ich glaube, krimineller sein ist nix für mich. Ich glaube, ich sehe mich da eher als Gesetzeshüter. Weiß nicht. Also, irgendwie sind die mir zu stark alle hier. Also, habt ihr das gesehen gerade, ey? So, ich bin mit Polizist. Hä? Bin ich ein? Area 51? Oder wo bin ich hier? Alter. Kann ich am Helikopter fliegen? Ach, ne Million. Ja, klar. Eine Million habe ich ja auch. Was kann ich denn sonst hier machen? Kann ich das den Helikopter nehmen? Oder Hydra? Hydra wahrscheinlich auch nicht, ne? Ja, eine Million, war ja wieder klar. Was kostet das hier? Ja. Alter, wie geht das? Hä? Wie kann ich damit fliegen? Q? E. Ah, mit E. Ah. Aha. Guckt es mal an. Guckt euch das mal an, Leute. Guckt euch das mal an. So, wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir gehen jetzt zum Gefängnis. Und weil mir das... Ich kenne mich da nicht aus. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Aber ich gehe einfach mal zum Gefängnis. Und ich weiß auf jeden Fall, dass ich da zumindest... Guckt euch mal an da. Guckt euch das mal an, Leute. Da müssen wir einschreiben. Die Pistole in die Hand nehmen und schießen. Alter, was hat der denn? Hat der einen Raketenwerfer? Schießen, Leute. Alter, was? Der hat mich auch weggesprengt. Alter, was ist das denn? Beides item from the gun shop to use it. Wieso habe ich keine Schrotflinte, Leute? Ich will eine Schrotflinte haben. Wo ist der? Ist der weg? Ich glaube, der ist weg, Leute, oder? Der ist weg. Der ist entkommen. Der ist geflüchtet. Alter, was war das denn mit Raketen auf mich drauf? Ich habe nur eine Pistole. Was soll ich dagegen machen? Alter. Da ist er. Ne, da ist er nicht mehr. Unser Kollege. So, wo sind die Ausreißer hier? Wo sind die bösen Häftlinge? Wo kann ich die festnehmen hier? Ich habe einen Taser. Ja, komm her, Leute, hier. Euch mache ich fertig. Da sind sie alle. Hier, Leute, die wollen... Hier, Alter. Verhaften. Verhaften? Ne, hinsetzen, Alter. Wo rennen die? Das ist einfach eine Kuh oder sowas. Die wollen alle zu ihr hier. Lass mich die Jo-Karte holen. Hey, Kollege. So, ich mache euch alle erst mal hinter Gittern hier. For arresting innocent Ellie. Ach, du bist unschuldig. Aber deine Kollegen nicht. Die waren nicht unschuldig, Leute. Da haut jemand. Hey, Leute, hör auf zu hauen. Hör auf damit. Du bist getasert. Hör auf damit. Nicht hauen hier. Ja? Lass die armen Leute mal in Ruhe hier. Du bist unschuldig, glaube ich, wahrscheinlich, ne? Bist du auch unschuldig? Willst du mich hauen? Ey, da haut mich einfach hier. Die hauen mich alle wieder hier. Alter, die gehen ja voll ab hier. Du bestimmt auch. Du bist auch böse, oder? Komm her. Ne, du bist... Ne, du bist unschuldig. Okay. Na gut. Noch mal Glück gehabt. Season 18. Was ist das denn hier? Ach, ein Battle Pass oder was? Hä? Alter, ich seh nix wieder. Die Penner wollen wieder klauen bei mir hier. Am Arsch. Die wollen meine Schlüssel klauen. Da muss man aufpassen, auf jeden Fall. Ich geh einfach hier in meinen Sicherheitsraum. Können die nämlich nicht rein. Zack, Türen dicht. Na, ihr wollt gerne rein, Leute. Du warst drin. Dich mach ich fertig. Alter, schon wieder? Noch mal Glück gehabt. Wer schießt denn da wieder? Hey, 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 nicht... Nicht, hallo. Das lassen wir, Freundchen. Das lassen wir, gefälligst, Freundchen. Sachbeschädigung geht gar nicht hier. Bruder, schreibt er zu mir. Was, Bruder? Bro. Da ist jemand, Leute. Flüchten. Dafür will jemand flüchten. Jawoll. Upsala. So. Hier ist nämlich irgendwie ein Waffenshop. Kann das sein? Kann ich irgendwie eine Schrotflinte kaufen hier? Hallo? Ja, Shotgun. Was gibt's noch so? Revolver? Kann ich irgendwas geiles kaufen hier? So eine Shotgun irgendwie? Gun Shop. Ja, und mehr? Ach da. Flintlock, AK, Sword, Uzi. Nö. Reicht mir erstmal wohl die Schrotflinte hier. So. Das sollte für die Gefängnisinsassen reichen hier. So, wenn ihr mir doof kommt, Leute, dann kriegt ihr erstmal ein... Ne? Muss auch passen. Ich hab ne Schrotflinte. Wenn ihr mir doof kommt, dann gibt's aber eine. Mal alle schon ab hier. Da ist ein Helikopter. Ne, noch nicht. Das ist ein guter Helikopter. Die wollen immer klauen bei mir, die Penner hier. Da ist jemand ein kommen, Leute. Da ist jemand ein kommen. Ach, du schaust das lange, Alter. Upsala. Ich glaub, der ist über alle Berge, glaub ich jetzt, oder? Hallo? Wer ist da so? Komm, die sind immer zu mir kommen, ey. Die Penner. Die sollen abhauen. Weil mir gibt's keinen Schlüssel zu klauen. Tschüss. Ja, komm doch rein hier. Komm rein. Ich mach dir die Tür auf extra noch. Kommen sie doch rein hier. Na komm. Trau dich. Komm rein. Komm rein in die Gutsstube hier. Möchten sie rein in die Gutsstube? Please, Key. Ne. Ne, ne, Leute. So nicht. Ne, wenn du mein Key klaust. Da. Da, den müssen wir, Leute, den müssen wir fesseln. Den haben wir getasert. Zack, so nicht, Leute. So nicht. Ne. Die Leute wollen sich hier an mich vorbeischmuggeln. So nicht. Ne, aufpassen, Leute. Die wollen wieder den Key holen, ne? Ne. So nicht. So nicht, Freundchen. Hau mal bloß ab von mir hier. Ja, hau mal gegen. Hau mal gegen. Da bist du gar nicht schon wieder im Knast drin. Du bist zwar zwar schon im Knast, aber hier, mach immer bumm. Ach so. Ja, genau. Richtig so. Gute Arbeit. Gute Arbeit, Kollegin. Genauso verdient das auch. Ab wieder in die Zelle rein. So, schauen wir mal, was die anderen machen hier. Visitors. Was ist denn hier? Ist jemand Besucher hier? Oh ja. Was ist denn hier? Ein illegaler Lüftungsschacht, also. Da ist wieder jemand wieder am Gittertor. Da müssen wir mal gucken. Leute, die hauen wieder gegen die Leute. Hände hoch hier. Hände hoch. Ab in die Zelle wieder mit dir. So nicht, Leutchen. So nicht, Freundchen. Hier wird nicht gegen gehauen. So, Leute. Wir haben auf jeden Fall, glaube ich, einen guten Job schon mal gemacht hier. Nein, die bösen Schurken, die müssen im Gefängnis bleiben. Kostet, was das wolle. So, hier, okay. Main Building. Hier ist die Hauptthalle. Okay, hier ist ja unsere Zelle gewesen. Okay, 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 okay. Ja, dann. Kann er, soll man mal rausfahren oder sowas? Ich meine, irgendwo sind ja auch irgendwelche Verbrecher hier ein Zeit. Ich würde irgendwas auch irgendwie irgendwas machen. Hier, das wird einer mit dem Akkuschrauber irgendwas hier drehen oder voll drehen wollen oder sowas. Irgendwie schon Paras hier, kann auch sein. Keine Ahnung, ey. The bank truck is ready to be driven. Irgendein, irgendein bank truck ist bereit zur Abfahrt bei der Bank. Keine Ahnung. So, Leute, was wollt ihr denn hier machen, ne? Aber ganz schnell weg hier, Leute. Ganz schnell weg vom Stromkasten. Er hat eine Schrottflinte, Alter. Wow, er wollte mich umbringen, ey. Den müssen wir verhaften, auf jeden Fall. Ach, das war, das war, das war ein Kollege oder wie? Das war auch ein Böser. Der Böse hat den Bösen. Kaputt, warum hast du denn da? Ein Brief? Ein Brief hast du denn da? Zeig mal. We were invited, Mamo und was? Eingeladen. On the hill tonight. Ja, Leute, so geht's aber nicht hier, ey. Schießt's nicht wieder. So, ich passe auf den Stromkasten auf, Leute. Da braucht ihr gar... Ja, willst du rein? Ich lasse dich rein. Komm rein hier. Komm rein in die gute Stube. Ja, kommt da rein, gut die Stube hier. Kommt rein. Der ist rein. Ja, so aber nicht, Leute, ey. So nicht. Johnny, wie willst du denn hier? Kommt rein in die gute Stube. Schön warm hier drin. Na, kommt, kommt, kommt. Kommt hier rein. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Was ist das denn? Da war ein Schruppchen, Alter. Alter, was ist das denn hier? Das ist ja ein böser Polizist hier. Ne? Das ist ja hier einer. Da ist ein Helikopter oder sowas. Ne, ein Flugzeug. Da wollen welche entkommen wahrscheinlich wieder. Wer schießt denn hier die ganze Zeit? Bin das ja nicht. Irgendwie vorm Gefängnis. Wir schauen uns mal die Sache an. Nehmen wir mal die Schrotflinte, die Pumpe in der Hand. Was denn hier so los ist? Okay, alles klar. Was ist das denn? Äh, hallo? Hallo, hallo? Ne, sieht anscheinend ganz gut aus hier. Dann gehen wir wieder rein in die gute Stube. Ich fühle mich im Gefängnis sicher, ja? Da werde ich wenigstens nicht abgeknallt. Die haben nämlich alle keine Waffe hier. Ist irgendwas wieder aufgegangen. Die gehen dann wieder durch so einen Nook oder sowas. Da ist einer reingegangen. Ne, bei mir gibt es nichts zu holen, Leute. Da haut jemand gegen, Leute. Böse. Was schießt denn hier um sich herum? Da haut schon wieder einer gegen, Alter. Ist das denn, Leute? Die Leute hauen einfach gegen, immer. So, jetzt haben wir aber. So nicht, Kollege. Was passiert denn hier? Okay, wir haben ja auf jeden Fall ein paar Heftlänge, die durchdrehen langsam hier. Die drehen alle langsam durch hier. Na, kommt alle rein hier. Du willst rein. So war nicht, Kollege. Kommt rein. Kommt rein, die gute Stube hier. Ja, komm doch rein in die gute Stube. Kommt alle rein hier. Ihr werdet direkt wieder verhaftet, Leute. Na, geht schnell. Jetzt geh ich rein, schnell. Ja, komm. Noch ein Schritt. Noch ein Schritt. Ja, wer will denn? Du bist, du warst drin. Du warst drin, Leute. Ne, du warst nicht drin. Ich habe mir Glück gehabt. Na, kommt. Kommt rein, Leute. Kommt rein in die gute Stube. Das gibt es doch nicht. Du warst doch drin. Aufpassen, Leute. Dich haben wir. So nicht, Kollege. Ich lasse mich hier nicht anschießen. Guckt euch mal an, was für eine Meute hier hinter mir ist. Was eine Menge. Wenn die mich kaputt hauen gleich, dann habe ich kein... Ja, Leute. So, aber nicht hier, ne? So haben wir nicht gewettet. Hier hinkommen. Hier geblieben, Leute. Hier, hier geblieben. Hier geblieben. So. Alter, das ist denn hier für eine Meute. Leute, hallo. Ey, was ist das denn da? Aufhören damit. Es ist ja hier, die Leute randalieren hier, ne? Aber zumindest halten wir schon mal... Hä? Hä? Die Leute, die randalieren hier. Die Leute randalieren. Achtung. Ja, komm doch rein, die gute Stube. Komm rein. Kommen sie doch rein hier. Einen Meter noch. Ein Schrittchen nach vorne. Ein Schritt nach vorne, ist das nur. Ey, da haut jemand einen, oder? Hast du einen gehauen? Hast du einen gehauen, ey? Hey, 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 hey. Ruhig bleiben. Bleib doch mal ruhig hier. Ich gebe euch meinen Schlüssel nicht. Was ist denn hier los, Leute? Police Report. Paychecks. What? Game Pass. No pickpockets. Okay. Der hat ne... Der hat ne knarre, Leute. Alter, den habe ich auch. Alter, guckt euch das mal an, Leute. Wow. Okay, 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 okay. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Bleib mal ruhig da. Hier geblieben. Ihr haut nicht ab. Du kommst auch noch hierhin, Kollege. Du kommst... Das ist ja eine Frechheit einesgleichens hier. Nein, du hast Glück gehabt. Na, dann hau noch mal ab. Ich muss mich leider ums Gefängnis kümmern. Ich habe keine Zeit dafür, für diese kleinen Spielchen. Dann hast du auch Glück gehabt. So, einmal aufmachen bitte hier. So, Leute, du packst die Waffe weg. Lass mich bitte entkommen. Nein, nein. Du bist ja gleich tot schon. Na, entkommt doch mal. Versucht mal, eins zu entkommen. Na, wenn du es schaffst, dann darfst du auch entkommen. Aber wenn du es schaffst, dann darfst du auch entkommen. Na, von Akaros hat die da. Alter. Na, geh durch. Hier, mach ich mal auf hier für dich. Das schießt. So, was ist denn hier los, Leute? Geht's aber mal schnell. Geht's aber mal Dalli hier. Was? Hier werden immer irgendwelche Luken geöffnet. Da gehen sie wieder durch, hier. Die kleinen Schlawiner, die... Möchten sie auch da durch? Ne, du nicht. Nicht durch. Darfst nicht durch. Die dürfte alle nicht entkommen. Da ist einer durch den Lüftungsschacht durch, Leute. Der ist ja gleich drin. So, dich haben wir erstmal hier. Alles gut. Alles beruhigtig. Ich hab das schon. Ja, wer will reinkommen? Hereinspaziert? Ja, hallo. Herzlich willkommen. Hier geblieben, Leute. So, da kommt gleich einer raus. Kommt gleich einer raus hier. Ach, der ist ja schon. Ah, sehr schön. Ja, kommt doch herein, Leute. Kommt doch herein. Ne, rein in die Stube, sag ich mal. Kommen sie doch herein. Hereinspaziert. Die Tür ist auf. Wer möchte da rein? Da gibt's gratis Essen und Trinken auf jeden Fall. So, jetzt muss ich aber mal irgendwie mal hier rein wieder. Äh, was gibt's denn hier noch? Irgendwie kann ich irgendwas hier... Was ist das denn da zum Beispiel? Sammelkarten? Contract. Use road spikes to pop retails. Okay, bust some friends in a bank robbery. Okay, wir haben auf jeden Fall irgendwelche Aufgaben und sowas alles. Das ist also... Ja, nein. Criminal. Äh, aha, okay. Wir müssen auf jeden Fall irgendwelche... Was ist das denn hier? Alter, katapultieren? Hä? Ace. Das ist ja der versuchte Flucht hier. Aber sofort raus hier. Hä? Ach, das war auch noch ein Kollege von uns einfach. Hä, wie? Das war einfach irgendwie ein Kollege oder sowas, der... Okay, manche Polizisten sind echt korrupt hier. Böse. Alter, was explodiert denn da auf einmal? Leute, sprengt ihr irgendwie das Gefängnis in Luft oder was? Äh, was ist das denn hier auf einmal? Einfach so ein Kopf von uns tatsächlich einfach. Einfach ein falscher Polizist einfach. Ja, das ist ja wütend. Hahaha. So geht das nicht. Du darfst hier nicht die, äh, die, die, die Bösen helfen. So. Jeder bleibt hier an jedem Platz, ne? Sehr. Ich schaue uns das mal an. Hier, was ist denn hier los, Leute? Hallo? Bitte schießen sie dich wild um sich herum. Höh, da ist jemand reingegangen irgendwo. Ich spiele im Gefängnis wieder hier mit dir. Sowas geht nie ab. Jetzt ist er schon wieder mit seinem scheiß Helikopter da. Ein bisschen abschießen in den Helikopter. Sehr gut. Hey, 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 du darfst aber keinen AK haben hier. AK, her. Böse. Bist auch böse? Nee, bist nicht böse. Was schreiben die eigentlich so? Das ist ein Verstoß. Mann, du wirst mich verhaften. Schlüsselkarte. Hey, okay. Die nehmen dieses Spiel ernst, die Armen. Okay. Meinen die mich oder was? Keine Ahnung, mir ist auch scheißegal. Ich mache hier nur, was Spaß macht, Leute. Ich muss halt eben die Leute hier, äh, ein Gefängnis lassen, alle. So, das ist auf jeden Fall hier ein Böser, ne? Der Ace. ACE. Der ist hier, äh, im falschen Team. So, was haben wir denn hier auf einmal? So, er ist wieder hier. Okay, die übliche Bekannte. Da hinten sind welche noch. Ach, die rennen hier auch noch rum fleißig. Da hockt jemand im Helikopter. Da kommt der nächste Helikopter direkt wieder, ey. Der will wieder die Leute klauen, alle rausholen hier. Wieso kann der mich hauen einfach? Wieso kann der eigene Kollege mich hauen? Kann ich den auch hauen? Hä? Was hat das denn für einen Sinn? Was ist das denn für ein Arsch? Ich soll abhauen. Wir sollen hier auf den Sack gehen. Wir sind ein Team. Du kommst erstmal in Gefängnis wieder, Kollege. Du bist auch ein bisschen böse, ne? Ja. Was ist sein Ziel hier, das ist von dem Typ? Was will der von mir? Wieso liegen hier auch überhaupt so viele Waffen rum, Alter? Alter, erstmal alles aufnehmen hier. Ja, da kann ich so viel hauen, wie der will einfach. Da renne ich erstmal weg, Leute. So, was haben wir denn hier so? Erstmal nix, ne? Wegen denen sind alle Flüchtlinge... Wir haben nur noch vier Häftlinge. Eins, zwei, drei, vier. Wegen denen sind alle abgehauen. Na, schönen Dank, Ace. Du kommst auf jeden Fall auf die Bannliste. Dich werde ich an den Admin weiterleiten. Das gibt mir sechs noch. So, ich gehe jetzt einfach mal eine Karre schnappen hier. Und ich hoffe ab. Komm, hau ab. Boah, was willst du denn von mir? Geh mir nicht auf den Sack. Wir müssen nämlich jetzt mal die Kriminellen verhaften, die unterwegs sind. Ja, hier sind nämlich auch welche unterwegs. Ne, die sind alle geflohen. Wir haben nur noch eins, zwei, drei, vier. Vier Häftlinge. Und der Rest sind überall hier in der Stadt verteilt. Wir schauen uns einfach mal Rising City an. Was da so abgeht. Da geht mal Gas hier. Kollege, hallo? Keine Gummi mehr oder was? Na, ein paar nix mehr. Kein Rocket Fuel mehr. Äh, New Robberies are opening. Aha. Wird kaputt gegangen, oder? Ist das ein Bankraub oder sowas? Was ist denn ein Bankraub? Alter, was geht denn hier ab? Hände hoch hier. Hände hoch. Alter, was geht denn? Kann ich da nicht hoch? Ich will da hoch. Ich will da bitte hoch. Hallo? Aha. Wo ist er jetzt hier? Hier geblieben. Ich kann da nicht rein. Hä? Hä? Hi-ha-ho-ha? Hi-ha-ho? Wo muss ich denn hin? Wo ist der Typ überhaupt hin? Einer habe ich verhaftet. Irgendwas geht auch kaputt. Ganz heute irgendwie. Irgendwie geht... Okay, was war das? Keine Ahnung. Irgendwie geht Glas kaputt auch irgendwo. Aber sind die denn? Hier komme ich nicht rein. Die haben die Bank abgeriegelt, aber... Hä? Verstehe ich nicht. Sind die denn? Irgendwie da drin. Ja, da oben sind die, aber... Da komme ich wahrscheinlich nicht rein, ne? Glück für die. Glück für die. Schauen wir uns mal an, was hier noch abgeht. Da vorne ist einer, ne? Hier vorne ist auch nur ein, wo einer. Da ist einer. Da ist ein Verbrecher, Leute. Den haben wir auf jeden Fall. So. Das gab ein gutes Kopfgeld. Bounty. Katapultieren. Hä? Wie katapultieren? Will rein gehen. Katapultieren, hä? Achso. Ich darf meine Handschellen nicht anhaben. Deswegen. So. Schauen wir mal bei dem anderen Kollegen, was hier noch so los ist. Kann ich jetzt irgendwie rein hier mal oder sowas? Oder alles noch abgedichtet? Alles noch dicht hier. Hier gehen irgendwelche Scheiben ganz weit kaputt. Hey, 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 was ist denn hier? Alter. Dem ist man hinterher, Leute. Blaulicht an. Oder was ist das? Sirene an hier. Hier gibt es ja kein Blaulicht in solchen Notruf Hamburg. Ist ja hier drüber. Ach, scheiße. Schon wieder niemals. Ist ja lächerlich. Äh. Wir machen auch mal die Sirene aus den Nerven so ein bisschen. So, wo ist denn da? Also da ist auch noch irgendwo einer oder zwei sind da besser gesagt. Wie komme ich denn da hoch? Hallo? Hoch, 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 hoch. Da kann ich hoch. Da sind auch noch zwei Leute, die ich verhaften muss. Hier können wir mal uns hochschmuggeln. In den Helikopter sind die da, wa? Da habe ich doch keine Chance, ey. Den haben wir verhaftet, auf jeden Fall. Und die anderen nicht, wa? Keine Ahnung. Die sind entkommen anscheinend mit dem Helikopter. Naja, egal. Hier ist auch noch ein Helikopter, aber... Ne. Der Bunk... Ja, Bunk Truck, keine Ahnung. Puh, was soll ich da machen mit dem Bunk Truck? Ist das ein Kollege oder sowas vielleicht? Hier ist einer, ne? Kann ich da irgendwas machen oder sowas? Das ist für einer. Hier, Bunk Truck. Fahrer eingehen. The two players must be seen to start this. Robbery. Zwei Spieler müssen da drin sein, okay. Oh, ihr braucht auch ne Sniper, wa? Können das sein? Ansonsten triffst du auch nix. Okay, wow. Rest in peace an mich. Äh, ja, wir gehen einfach in Gefängnis wieder. Das ist nix für mich, glaube ich, draußen. Ich habe da zwar zwei, drei Leute festgenommen, aber hier habe ich auf jeden Fall mehr Chancen, welche festzunehmen. Was eigentlich so wild ist, aber ich schaue gerade mal auf die Zeit. Wir sind gerade gleich bei 40 Minuten und ich würde sagen, wir machen einfach mal ein kleines Päuschen und würde sagen, das war's mit der ersten Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder beim nächsten Mal dabei seid. Ciao, haut rein.